Lalalala, heute ist so ein schöner Tag und hey, du bist ja Avladana, wisst ihr Freunde? Ich bin gerade hier am Haus, hab mir so ein bisschen am Teppich gespielt, den Goldfisch hier beobachtet und da dachte ich einfach mal, heute ist ein schöner Tag, damit wir mal zur Ente gucken können. Denn ihr müsst wissen, Ente und ich, wir haben uns heute verabredet, einfach mal ein paar, um ein bisschen zu spielen und so und so einen schönen Tag zu verbringen und ja, ich würde sagen, ich nehme erst mal ein Motorrad und wir fahren erst mal zur Ente. Alter, hoffentlich denken die Leute, die ich mir irgendwie mitgegen in der Motorradgang. Ente, 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 Hä, Moment mal, ich höre den noch. Oh, Hä, Ente, Ey, Ente kommt zurück, Moment mal, wecken wir Ente erst mal an den dicken, fetten Bockpfeife, Hau, Ruck. Was geht? Was geht, Altie? Ja, Ente, wir haben heute eine Mission, wir wollen doch in die Stadt gehen. Ach echt? Wirklich? Ja, da ist doch einfach so ein Turnier, so ein Malwettbewerb, wer den besten von Paw Patrol malen kann. Echt jetzt? Lass es mal machen, ja. Ja, los. Let's go. Komm mal, Ente, ich nehme mal ein Motorrad und... Ah, nee, heute wird was ganz anderes. Komm mal zur Runde. Was denn? Und zwar hat uns Alpha noch eingeladen, wir sollen mal hinter mein Haus gucken, was da ist. Ach echt? Sollen wir das machen? Ja, Mann. Ja, los. Let's go. Ey, ihr beide, stillbleiben. Hä? Hä? Was? Stillbleiben. Hä? Haben wir die? Wir haben die gesucht. Da hinten ist euer Fandungsfoto. Ich hab euch gefunden, ihr müsst jetzt mitkommen. Ey, da bist du auch drauf. Ihr müsst jetzt mitkommen. Ey, da bist du auch drauf. Also, komm. Du, ihr beide seid die Titel. Nein, die sind so. Au. Nein, Ente, pass auf. Komm weg. Los. Ich lau weg. Ich lau weg. Das führt weiter aus dir. Okay. Nein, 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 nein. Ich komme nicht, ich ergebe mich, Sir. Ich ergebe mich. Ah. Los, Ente, komm jetzt. Oh, nein. Einti, wir wurden einfach gefangen. Oh, oh, Ente, ich glaube, der Prinzess ist irgendwie verrückt geworden. Ja, das ist der Eifer, der ist immer verrückt. Los, kommt ins Boot rein. Lauf, Einti. Happy, ins Boot rein. Was? Kommt rein. Äh. Wir fahren jetzt los. Oh, oh, nein. Oh, das ist ja schnell. Ich will nicht darüber reden. Leute, wo fahren wir hin? Was macht er mit uns? Habt ihr eine Ahnung? Schreibt mal in die Kommentare. Alter. Oh, oh. Hä, wo bringst du uns hin? Hier lang geht es, glaube ich. Genau. Oh, mein Gott, dass sie da bringt. Einfach, du bringst uns weg von der Stadt, Junge. Ja, wo bringst du uns hin? Ich bringe euch an einen sicheren Ort, wo euch nichts passieren kann. Äh, Ente? Ja? Was könnte dieser sichere Ort sein? Ich weiß nicht, ich habe eine Knallhäpse da. Ah, guck mal. Knallhäpse. Äh, Ente, was ist das da hinten? Äh, Ente, ich glaube, das ist das Gefängnis. Das ist das Gefängnis. Aussteigen und hochschwimmen. Oh, bop, 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 bop. Du vor uns. Äh. Einzig, ich nehme einfach das Boot. Okay. Ah, der ballert das Boot ab. Äh, ich will. Ah. Das Boot existiert jetzt nicht mehr. Hey, du kommst jetzt selber nicht zurück. Ja, ich kriege ein neues zugeschickt. Äh, Alter, bestellst du es bei Wush oder was? Ja. Ja, mache ich. Los, geht hier durch. Oh nein. Wir müssen scannen, ob ihr kein Metall bei euch habt. Geht mal da durch, bitte. Aber wir schauen uns nur an das Gefängnis, oder? Ja, ja, wir gucken uns das, genau. Geht mal einfach nur durch. So, du bist grün. Äh, bitte, ich mag nicht durch. Geh bitte einfach. Geh. Bitte. Äh, 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 gib mir da eine ganze Menge. Geh mir vom Handy und geh jetzt da vorne. Oh, warte. Okay, auch grün. Hä? Wunderbar. Echt grün? Ja. Hä? Hä? Ah, los. Was geht? Bleib stehen. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, 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 oh. Äh, Alter. So, ich habe sie weggenommen. Ey, das ist mir gescannt. So, ihr kriegt jetzt nämlich eure eigenen Zellen. So, ihr kommt ja auch nicht mehr raus. Äh. Ich habe die eigene Zellen. Hä? Du musst doch kurz auf mein Handy gucken, wo nochmal der Wig war. Oh, oh. Gar nicht gut. Äh, was macht ihr einfach noch? Ja, okay, folgt mir. Einmal hier durch. Mitkommen. Ey, das ist viel sicherer als dieses alte Gefängnis. Komm mal hier durch. Ich bin sicherer. Hier weiter. Äh. Äh. Zumachen. Ist das der Letzte? Der hier. Alter, Alter, komm mal zurück. Ja. Alter, komm mal zurück. Was ist los? Ist das der Letzte, Gefangene? Äh, über den wollen wir nicht reden. Oh, nein. Hä? Das sieht ein bisschen aus wie Opa Schnucki. Ja. Ähm, Ente, komm mal bitte hier lang. Oh, nein. Und geht in den Raum rein. Oh, oh. Einti, du in den hier. Äh, ich, ich achte, du dich auch noch rein, oder? Ähm, ja, okay. Lass es mal durchgehen. Ente, wir sollen wieder rauskommen. Ähm, wenn ihr Hunger habt, sagt Bescheid. Ich hab Hunger. Ehrlich? Okay, weil ich hol kurz das Essen. Ente, du müsstest hier irgendwie rauskommen. Ja, ich weiß, Einti, aber ich weiß nicht wie. Komm mal, komm mal hier. Hier ist so ein Ding. Sagt nur für euch. Wir brauchen nur eine Spitzhacke oder so. Können wir nicht bitte in den Dings gehen? Äh, äh, äh. Ähm. Macht es weg. Oh, oh. Warte. Ich wünsche euch gut, ihr Hunger. Eh, weg damit. Enttast du nicht mit Nagelfeile mit oder sonst was? Wir müssen nicht rauskommen. Ich weiß nicht, ich kann mal schauen, warte. Gibt mir den Spitzhack oder sowas. Leute, wir sind einfach im Gefängnis. Schon wieder haben wir einfach uns einfach eingesperrt. Ich meine, was zum Teufel. Warte, ich bastel leider aus dem Bett und aus dem Stein da unten. Warte, wir haben hier ein bisschen kloppert. Ah. Ah. Da brennt die Zahne. Ich muss in die Töte. Oh. Alter, gibt es eine Spitzhacke. Ja, warte. Da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich habe eine Spitzhacke. Okay, ich breche aus. Zack, da, 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 da. Breche aus, Halti. Ich hoffe mal, es ist sicher. Bleib du in der Zelle und leg ihn ab. Hä? Warum ich? Halti. Ich hole dich hier raus. Ich schaue es mal draußen. Halti, ich bin ja alleine. Da, die, da, die, da, die, da. Oh mein Gott. Ich schaue es. Ey, ich schaue es. Bleiben. Ah. Oh mein Gott. Du kannst nicht ausbrechen. Oh mein Gott, ich kann so easy flüchten. Aber, aber wo lang? Du kommst hier nicht weg. Wir sind ja von einer einsamen Insel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ich gehe schon zurück in die Zelle, Sir. Wow. Du bist baldig. Alter, das ist keine gute Idee, hier auszubrechen. Alter, das hat ja echt gut geklappt. Das hast du echt toll gemacht. Ja, rein. Mach auf. Mach auf. Wie Mist. Oh mein Gott, Alter. Ey, guck mal, ich habe zwei Kinderstäbe. Echt? Wenn der Polizist das nächste Mal die Tür aufmacht, sperren wir den Polizisten einfach ein. Ey, das klappt nicht. Vertraue mir, ich bin Experte. Warte mal, endlich, gehen wir eine Zelle weiter. So, zack, zack, zack. Moment, zack, zack. Wir machen nochmal die Wand auf. Oh mein Gott, das klappt einfach. Ich gehe eine Zelle... Ah, der ist ja da. Hey, Herr Polizist. Ja, keine Chance. Mann, was ist das denn? Ich bin rausgekommen. Der ist zu gut, Alter. Der ist viel zu gut. Ich will doch nicht mit etwa 24 Stunden gefangen sein. Hey, bin ich so schlimm? Nee, aber... Moment mal. Ja, es ist Zeit. Ja! Wie geht's auf? So, forg mir. Einmal hier mitkommen. Mitkommen. Das könnte unser Durchbruch sein. Ja, durchgehen. Oh mein Gott. Hey, nicht hochgehen. Was geht? Oh mein Gott. Verspeist dich. Mein Gott, 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 mein Gott. So, zack, nack. Und zack. So, jetzt ist nur die Frage, wie brechen wir am besten aus, Freunde? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh mein Gott, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein Das gehört wohl den Das gehört wohl eigentlich wie anders Aber so zack, zack Oh mein Gott, hier sind alle Vorräte einfach Wenn wir jetzt ausbrechen, wäre es echt cool Aber er wahrscheinlich sucht mich einfach schon Zack Oh mein Gott, hier ist die Küche Oh Alter Jackpot, aber wir brauchen eine Karte Ah, eigentlich was geht Äh, ich bin hier der Koch Ich hätte gern Hotdog, bitte ein Hotdog Ja, ich mach Ihnen eins Ja, Hotdog bitte, Hotdog Ich hätte gerne Knuspernze mit zu sauer Nein, keine Knuspernze, Hotdog Er bemerkt niemals, dass ich Einti bin Ja, es gibt mir jetzt Einti mit zu sauer Hotdog, Hotdog Oh nein Das ist echt dein Essen, weil ich so Hunger habe heute Hotdog Ich muss mal im Vorratsraum nachgucken Ob wir da noch Ente haben Nein, bitte ein Hotdog Alter So, zack, zack, zack Wir gehen wieder da rein Und dann tüppeln wir wieder so Als wäre er gar nicht gewesen So, zack, zack Irgendwas ist da faul Wo ist mein Hotdog? Zack, zack Und zu hier Oh, Jungs, ey Ich will auch was essen Hä? Ja, Polizist Ich hätte auch gerne was essen Äh, was denn? Hotdog Äh, Spiderman Äh, Spiderman Äh, ich guck mal, ob wir irgendwo Spiderman haben Alter, Älti wird langgesucht, jetzt lass ausbrechen, okay? Hier, Spinnaugen Ja, brech aus, los, Einti Äh, dann hätte ich gerne, äh, ein Triple Dipple, äh Äh, Älti, was könnte er holen? Wo er lange drauf? Alter, muss ich mal nachgucken, ob wir das ein Lager haben Okay, Älti, let's go, komm Schnell, 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 schnell Unsere Chance, hier wegzukommen, Freunde Mach wieder zuwitter uns, Einti Okay, geh aus Zack, zack Und weg hier Was, du? Und wir schwimmen in die Freiheit Quack, 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 Einti, komm Warte, ich hab noch ein Boot, Einti Happy Dostenboot Ja, warte, ich hab eins dabei Ja, Einti, los, jetzt, sie sind, komm mal Oh mein Gott, ich kann das Land schon sehen Wir schwimmen in Richtung Freiheit, Freunde Einti, ich bin da Ah, wie, du bist Ah Ah, das ist ja ein Verbot Einti, das ist einfach Alles gut, Freunde Hä? Hör, war mir alles gut Ja, fahr schon Ich guck zu Äh, Einti, das ist keine gute Idee Steck mal aus, Lieb Ah Hä? Ah, das Boot ist kaputt Einti, nein Was passiert hier? Weiß nicht, ich werde in Strudel gesaugt Hilfe, nein Wow Äh, ich bin immer wieder auf zur Fabrik So, äh Äh, ich würde sagen, das war ein toller Tag 24 Stunden als Gefangener Ente und als Verhafteter Was geht? Lusten, Like da Lusten, Abo da Schaut beide vorbei Beifall mich Und Tschüss Tschüss Yay, ich bin immer wieder Ah Schaut Tschüss Ah So, schau Ich bin immer wieder Ich bin immer wieder Ich bin immer wieder